Was geht ab, Leute? Team Wappelt hier. Und wir werden heute über ein paar Karten aus dem nächsten Set reden, die wir ganz interessant fanden. Fangen wir an. Wir haben erstmal so einen kleinen Blackwing-Support, einen Syklo. Es soll Blackwing erreicht viele bizarre Shadows, mein Schauer, Entschuldigung. 2.6 Angriff, 2.000 Dev, 7 Sterne, ist Dark. Man kann ihn holen mit einem Tuner und ein oder mehr nicht tun. Also sprich, man kann ihn auch in jedem Set spielen. Ja, Effekt? Ja, wenn du als Material einen Blackwing-Monster hattest, dann geht er selbst zum Tuner. Und der Effekt ist, du kannst Anzahlen und Karten vom Gegner zerstören, so viele du andere Blackwing-Monster auf dem Feld hast. Also alle außer ihm. Also du kannst jedenfalls tun. Nein, ich bin mir ja nicht sicher, aber ich finde die nicht so gut, aber man wird die am Anfang testen und dann schauen wir mal, wie oft das schießt. Also jetzt mal nur mal ganz kurz ein Ding. Also das ist nur mal so eine kleine Ding, wenn man sagt, dass man ein Insect-Phil gespielt, auch Loaden, und holt jetzt einen, äh, ein, äh, Special-Craft, und der heißt, das ist ja die 3er Decay. Ich hoffe auf ihn. Da habt ihr einen Long-Summon und den Blackwing-Spielen, die, äh, viele Special-Summonen. Ja? Genau. Sprich, 8-Karte im Mortal-Saal im Blackwing-Deck. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir werden sehen, wir haben einen Blackwing-Spieler hier. Ja? Wir werden sehen, wie gut dieses Tab-Card auch ist. Oder wir. Aber ich finde die Blackwing-Spieler und schauen wir mal. Ja. Und wir kommen zum nächsten. Das ist eine Falle. Plays in Miraforce heißt du. Ja. Das ist eine normale, äh, Tab-Card. Ja. Plays in Miraforce heißt es mal gut. Ähm, erzähl mal ein bisschen was drüber. Also, wenn ein Monster vom Gegner eine Angriff deklariert, zerstörst du alle Monster, die im Angriff sind, und du kriegst eine Schaden, hältst dir der Original-Attack von dem Monster vom Gegner, und der Gegner kriegt danach den vollen Schaden. Einer für mich? Einer für mich? Einer für mich. Gehört sich bis jetzt schon mal gut an, aber... Nein, der kriegt den vollen Schaden. Ja, der Gegner. Nein, der kriegt die Hälfte der Schaden der attraktierenden Monster. Erstmal kriegt man selber den Schaden, und dann kriegt der Gegner den Schaden, den du genommen hast. Ja, stimmt. Das ist echt schass. Also, eigentlich ist es halt eigentlich wie Miraforce mit einer Art Ring of Destruction. Genau. Sehr interessant auf jeden Fall. Man zerstört da alle Karten, und man kann im Griff noch Schaden drücken, wenn man davor selber nicht stirbt. Weil ich denke mal, deshalb haben sie auch so geschrieben, wenn wir den Schaden zuerst bekommen, und wir auf null Rebepunkte sind, dann hat der Gegner gewonnen, die Wunde. Was meinst du? Also, auf jeden Fall eine echte Potenziale-Karte für Dex, zum Beispiel dieser Teller Knight. Ich bräuchte vielleicht sowas wie eine neue Miraforce. Chain wird, glaube ich, sehr gut, sehr zu Glück. Ansonsten alles, alles was Dex spielt mit Schutz. Die Karte echt krass. Ja, und noch was. Und der Gegner hat ja manchmal Angst, dass es in der Miraforce liegt. Und bei der ist es halt noch schlimmer. Du kannst all deine Monster verlieren und die Lebenspunkte. Also bei der wird man noch mehr Angst haben. Eben, deshalb ist ja auch die Frage jetzt, es ist ja eigentlich auch wie der Miraforce. Ist dann die Frage, erhebte man die normale Miraforce durch diese Karte? Oder spielt man dann im Grunde nochmal den alten Miraforce? Ja, wenn man Dex hat, wo man dem Lebenspunkte Vorteil ist, dann würde man die auf jeden Fall mit der Miraforce ersetzen. Also sprich, wird dann den alten Miraforce wahrscheinlich nicht mehr gespielt, oder? Außer in Dex, wo du viele Lebenspunkte zahlst. Ja, zum Beispiel in Pendulum Dex, Clifford wird die nicht gespielt, weil der zahlt das ganze 800.000 Seiten. Genau, ich glaube mit dem Cosmo wird es ja auch nicht so oft gespielt. Weil durch Cosmo Town und die ganzen Farmengrills zahlt man ja relativ viel. Zahlt mit der anderen, oder? Ja, mit den Zipügen und alles. Ja, ansonsten. Also auf jeden Fall Karte hat Potenzial. Das war eigentlich der alte Miraforce herzu. Genau, ich werde sie für euch nochmal testen dann. Wenn sie gerade draußen ist, werde ich sie für euch testen. Und dann werde ich euch noch im Video zeigen, ob sie gut kommt oder nicht gut kommt. Genau. Sehr, sehr. Nächste Karte. Kommen wir zu einer Zauberkarte. Painful Decision. Ist die normale Zauberkarte. Ähm, ja. Sie wird secret clear. Was sagt man? Sagt was dazu? Also, da sind Pujammas drauf. Das sind ja normale Monster. Man setzt dann ein M4 normales Monster oder Regenwaren auf den Free Tooth. Also vier Sterne oder Winklern. Und wenn man das macht, holt man einen Monster mit dem selben Arm und dem Deck auf dem Land. Und das kann man nur einfach zum Spiel zu bringen. Es ist halt interessant, dass das so eine Zauberkarte ist. Ja. Also, mir fällt jetzt direkt keine Konto ein. Also, es gibt für mich eigentlich nur einen Deck, wo man nicht spielt. Jetzt wäre, äh, es wären die Ignites. Ja. Weil, äh, Ignites hat alles normale Monster. Alle normale Pendler-Monster. Ähm, das ist der einzige Deck, wo man nicht spielen kann. Ähm, ist halt auch die Frage, ob diese Karte durchsetzen wird. Weil, man legt ein normales Monster auf, wie gesagt, vom Deck auf den Friedhof. Und holt dann das Monster mit dem selben Namen vom Deck auf die Hand. Sie sagt halt, wie? Ich weiß nicht, ob man ein Pendulum-Monster im Trade braucht. Ja. Dann müsste man eigentlich Karten dann wieder spielen und ein bisschen wieder recyceln. Ja. Dann wäre es natürlich wieder ein Problem. Ah, es gibt doch die Tote-Kartule, oder? Ja. Ja, Tote-Kartule. Ja, Tote-Kartule. Äh, normal ist Monster Level 1. Ja. Gibt's ja auch Friedhof. Also, ich weiß nicht, ob es da kommen kann, ob es keine gibt. Ja, aber da gibt's aber nur letzt. Aber du musst ein Mal spielen. Was ist denn? Also, das ist... Ich glaube, eigentlich mal echt auf irgendwas basiert. Diese Karte... Man müsste das Deck dann wahrscheinlich mit Porto-Fürze spielen. Dann müsste man dann wieder die Karten, wo man das Deck, äh, äh, dann wieder recyceln kann und dann wieder ziehen kann. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich das erziehe. Sonst eigentlich nicht wirklich. Ja, warte auf die Japaner, die bringen die irgendwelche Kombos raus. Ja. Ja. So, zur nächsten Karte. Äh, jetzt haben wir hier eine Karte. Und zwar heißt... Ist die... Urgent Ritual Art. Genau. Ist eine normale Chap-Karte. Ähm... Ja. Barisch schrack muss man den Effekt. Ja. Wenn du keine Ritual-Motzer kontrollierst, kannst du eine Ritual-Zauberkarte an dem Hunt of the Fido-Verband. Der bekommt dann denselben Effekt. Ja. Und Endless. Wie diese Ritual-Zauberkarte. Richtig, richtig, richtig geile Karte. Gibt eigentlich nur ein Deck, wo sie mir eigentlich Support einfällt. Ist Nektos. Ja. Das Interessante ist hier, dass es eine Falle ist, dass man in der gegnerischen Endphase zum Beispiel dem saftig Grissola ging. Das ist eine Endphase. Ja. Ja. Endphase. Ja. Und er wird angreifen. Und dann zack, er gibt die Dessera. Also... Unerwartet auf ihn. Richtig klasse Support für Neckross auf jeden Fall. Hoffentlich werden sie auch nicht gebandished oder so. Geband. Wegen der Bandlist. Ansonsten... Ich glaube jeder Neckross-Spieler wird sie auch mal spielen. Ansonsten... Ich denke nur noch im Gishki oder so. Heißt das, denke ich. Mit normalen Monstern. Oder im Jamlight. Oder im Game Night. Jamlight ist Fusion. Entschuldigung. Dann... Im Gishki. Hehehe. Hehehe. Schreist drauf. Schreist drauf. Richtig geile Karte. Wir werden sehen, was sie mit Neckross bestellen wird. Gehen wir weiter? Oder hey, BLS. Die haben die Hauke mit 2 an uns, oder? Oh, ja. Die haben auch in den Distrikt. Aber da weiß ich noch nicht, wie das Deck auf dem Deck ist. Deswegen kann ich leider dazu noch nichts sagen. Kann bestimmt 2-5 verloren. Nächste Karte. Der legendäre Fischer. Nummer 3. 3! Er ist ein Wassermaster. Krieger. 7 Sterne. 2.5 ADK. 2.000 DEV. Und hat einen richtig krassen Effekt. Genau. Er kann nicht normal beschworen werden. Unter Gesetzeswert. Er muss speziell beschworen werden. Von der Hand, wenn du den legendären Fischer opferst. Genau. Also der normale. Er ist Level 5. Vielleicht auch 80 andere. Ja, Marco Tsunami. Battle City Turnier. Genau. Ich glaube, er hat auch einen Effekt. Das war früher meine Lieblingskarte. Der legendäre Fischer. Ich hab den gespielt mit Umi. Dann hat er nur noch 4. Konnte ich nochmal gespielt. Mit Umi oder mit legendär Fischer? Der wird dann als Tui. Legendäre OZIA. Der Gegner konnte dann nicht mehr angreifen. Aber dann kam Ruling, dass ich dann direkt angreifen konnte. Also war es wie in der Serie, dass er irgendwo im Wasser ist. Aber er konnte sich direkt angreifen. Wie in der Serie. Ja, das war noch 10. Wenn er dann spezial kommt, manicht er alle Monster auf der gegendischen Seite. Der ist unten hier. Ich hoffe, der geht's nicht. Und er kann aber nicht angreifen in der Runde. Diese Karte kann nicht zerstört werden durch Graf-Effekte oder durch Kampf. Und er ist auch nicht gezielt oder kann nicht ungelobkt und verfallen. Also nicht so ganz so effekt. Ja. Und nochmal. Einmal für das Spielzeug, wenn er dann nochmal alle gewählten Karten vom Gegner auf das Spiel findet. Und wenn du das machst, gibt der Kampfschaden oder Effektschaden, den du in der Runde machst. Verdoppelt. Genau. Also eine gute Karte. Wir werden sehen, wie dieses Deck vielleicht aufgebaut wird oder nicht. Ja. Wir haben einen in einem anderen Plan. Wer lange nicht gesehen. Doch, man kann die Mermaid spielen. Ich habe schon ein paar Videos gesehen. Wir haben mit dem Partner mit dem Partner mit dem Partner. Ja. Ich bin gespannt drauf. Ja. Wir werden sehen. Ja. Nächste Karte. Ja. Assault Blackwing United Dizzle. 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 Aber es wird während der Endphase gebanischt. Ja, wir werden während der Endphase gebanischt werden. Du kannst diese Karte dann von deinem Friedhof banishen. Dann kannst du eine Karte von deinem Friedhof auch banishen. Nein, nein, nein. Von deiner Hand doch? Nein, von der Hand doch. Genau, und banishen eine Karte von deiner Hand in der Endphase dieses Zuges. Und du musst diese Karte ins Deck ziehen und eine Karte ziehen. Dann kannst du die Karte nur einmal drüber aktivieren. Also, da habt ihr verschiedene Karten. Also, es ist eigentlich wie eine Reborn-Karte. Du hast keine Monster rekrutivierung, du willst einen Monster zurück. Ja, von Kittos, die auf der Welt hat aber keinen Effekt. Ein Friedhof ist die Reborn. Da kannst du die Reborn gerne mit. Dann kannst du eine auf der Karte nehmen. Ja. Ja. Dann kannst du dann in der Endphase aber eine Anfrage banishen. Du willst die Monster in das Deck zurück mischen und dann darfst du eine Karte ziehen. Die Decks, viele Effekte. Man könnte vielleicht ein bisschen Necros machen, wenn die Männer gebanischt werden. Man könnte aber auch... Also, man könnte den zweiten Effekt auch einfach gar nicht aktivieren, sondern nur Reborn machen. Genau. Es gibt schon viele Karten. Ich meine, zum Beispiel jetzt unser Teller Night. Das ist schlecht. Du holst die Monster. Machst gelbe Strauch. Machst gelbe Strauch. Ja. Holt einen, der hat Potenzial. Aber ich fühle, dass sie keine Potenzial hat. Ähm... Gradle. Zum Special Sign Gradle Monster. Habe ich letztens ein Review gemacht. Genau. Die sterben. Die sterben. Und dann den Effekt von denen. Genau. Oder Eishand. Nein, 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 nein. Nicht Eishand. Gegnergeschäft. Ja, das ist ein Speck und nur. Also, in Oslo wird es auch, glaube ich, ganz gut sein. Slip Rider, Destroyer, Power Runner, Slip Rider, wie auch immer. Falls mal Karten im Frühstück sind, kann man die holen. Man kann dann eine Karte, die man natürlich selbst dann aussucht. Das ist sehr nimmtspricht. Das ist ein Kosmetik. So richtig. Ähm... Ach, hier ist schlecht. Oh mein Gott. Machen wir jetzt mit der krassesten Karte im Set. Ja. Mit der besten Karte. Scala, Dread, Drain, Archveed. Die wird auch Fiffen-Sperr-Type. Die ist da. Mit 8 Sterne. 3000 Angriff. Also Krasophie Stickkopf. 2,5 Death. Kann man in jedem Set spielen, weil man nur einen Tuner gab. Und einen Nicht-Tuner oder mehr. Ähm... Diese Karte gewonnen, wenn man Arzt spielt, ob man auf dem Feld oder auf dem Feld liegt. Ja. Die ist wahrscheinlich für den Arzt im Deck relevant. Ähm... Einer vom Zug. Kannst du so viele Karten, viele gespeicherte Affekt-Monster, auf dem Feld, in kleiner oder gleich, wo die Artikel dieses Monster hat, zerstören. Und du bekommst... Ähm... Der Gegner bekommt noch 500 Damage. Der Gegner bekommt noch 500 Damage für jedes zerstörte Monster. Und dann... Die ist echt gut. Die ist super saftig. Richtig geil. Kann man jeden Tag spielen. Beste Karte im Set. Mit den anderen... Mit den anderen zu überzeugen. Das ist geil. Genau. Sehr gut. So, kommen wir zu einer Falle. Eine Konterfalle sogar. Das ist der Great Horn of Heaven. Sie wird kommen. Sie wird kommen. Sie wird kommen. Es ist eine Konterfalle, wie gesagt. Ähm... Der Effekt ist, wenn äh... ein gespeicherte Monster in der Main Phase besporen wird. Legiere es. Zerstöre es. Und danach darfst du eine Karte ziehen. Nein. Und eine Gegner. Also der Gegner darf eine Karte ziehen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Und die Main Phase wird dann geendet. Also endet. Dann wird die Porto-Mentex beendet. Und dann ist... Oh ja, das hat's für Black Horn of Heaven. Genau. Weil der Kartentext wurde dann geändert. Und mit der Karte kann man jetzt Pendeln umsammeln auch komplett weg. Also mehrere Monster. Also mehrere Monster. Die Karte hat auf jeden Fall Potenzial. Man muss schauen, ob man sie spielt. Weil die denken sich ja, weil sie dir eine Karte schenken. Aber... Allein, wie gesagt, dass sie die komplette Pendeln umsammeln wird und in der Hüte fliegt. Und Counterfalle. Und Counterfalle noch zu. Wollte man auf jeden Fall überlegen, wie schon was das Spiel ist. Es kann man. Vielleicht wird es Schocken. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall. Fertig wäre es. Ein Muss. Kommen wir zur nächsten Karte. Artefakt... Wotschra. Wotschra. Level 5. Licht. 1,8 Angriff. 1,8 Def. Artefakt Support. Auf jeden Fall. Richtig geil. Richtig gut. Warte schon, erzähl uns mal was darüber. Aber ich kenne die Artefakten jetzt. Okay. Es ist immer so, man kann die Artefakten und spielt ja immer, dass sie verdenkt liegen. Da geht ihr zum Beispiel eine NS-10 auf. Spielt. Und sie zerstört werden, werden sie gespechelt vom Raid. Dann erhalten sie alle ihre Affekte. Bei mir ist es aber noch so, dass sie quasi auch von der Hand specialen. Wenn der Gegner angreift, kann sie von der Hand specialen. irgendwas perfekt. Wenn nichts gespechelt wird, dann stört sie komplett. Alle Spells und Trap-Zone. Ja. Alle sauberen Feindkarten auch gefällt. Gefällt oder von dir? Nein. Reine von dir. Also, man hat immer das Problem mit Artefakt, dass man die eigenen Artefakten nicht zerstören konnte. Jetzt hat man eine Karte, die gespechelt wird, wenn der Gegner direkt angreift. Zerstört dann ein Ereignen und dann zögern die Effekte. Ja, genau. Das große Problem war, dass die halt nie getriggert wurden. Lagen halt tot immer in der Back row. Genau. Und es gab halt nur den roten, aber der war nicht so gut. Spielt man auch nicht mehr. Und ich denke, man kann jetzt wieder, weil es gibt ja viel mehr Artefakt-Monster als außerdem die, die man mittlerweile gespielt hat. Und ich denke, dass man die auch wieder spielen kann mit dieser Karte. Richtig geil. Ja. Also, guter Support. Ich freue mich drauf. Nächste Karte. Pot of Taboos. Ein Level-9-Effekt-Monster. Flipped-Effekt-Monster. 2.000 Angriff, 3.000 Depth. Ja. Wie schon gesagt, er hat den Flipped-Effekt. Vor allem schließt du mal die Flipped-Effekte vor. Ja, klar. Du kannst eins der Flipped-Effekte aktivieren. Du ziehst zwei Karten. Du tust wie Tronade alle Zauberungen fallen auf dem Feld auf der Ab zurück. Zerstör alle Mots werden gegen den Gegner kontrolliert. Schau auf die Hand vom Gegner. Ich mische eine Karte von ihm ins Deck zurück. Dann geht Pro-Zupped-Effekt. Das ist ein Flipped-Effekt. Neu. Kann man wegschmeißen. Ja, die Sache ist die. Wie willst du denn auswählen? Gerade in Scheiße. In der letzten Zeit kann man das auch gleich auswählen. Seid es gehabt. Burst Weaver. Ja, es gibt schon. Es gibt zum Beispiel Pro-Zupped-Effekt. Nein, aber... Ja, man kann du nicht drauf machen. Dann kommt mal ein Coin drauf. Und dann, wenn man noch Glück hat, kann man noch Pro-Zupped-Effekt. Zeig das Körper einfach mal. Eines Karten gibt es doch mal. Oder Pro-Zupped-Effekt. Pro-Zupped-Effekt. Ja, Pro-Zupped-Effekt. Also die Karte hat Potenzial auf jeden Fall. Weil... Es wird Support kommen, die diese Karte... Der Deck-Special wird. Ja. Wir warten drauf. Bis jetzt. Ich denke mal, jetzt nicht wirklich... Es ist schwer spielbar. Auf der Hand eigentlich tot. Aber ich denke, in Zukunft wird sie kommen. Ich verspreche. Ja, Problem ist halt, du kannst nicht einfach irgendein Deck reintun. Du musst halt Deck auf den spielen. Da gibt es halt nur den und ein paar Karten. Ja, aber es kommen ja noch Support. Ja, schauen wir noch. Ja, wir werden es sehen. Aber die Tektor ist eh nicht. Ja. Wir werden es sehen. Ja. Wir werden es sehen, wenn das Set rauskommt. Ja, Mann. Ende diesem Monat ist Sneak. Wir werden dabei sein. Von Tame in München. Oh, yes. Ansonsten, wenn das Set draußen ist, könnt ihr unsere Sponsoren abchecken. Da findet ihr da alle Karten. Ja. Ansonsten wie immer liken, subscribing, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Und leidet nicht. Hallo, mein Name. Im Frauen habt ihr rocket. Hallo. Wie kommt ihr auf? Hola, mein Name. schau. Die Oper hat man ja. In der Welt ist gut. Das hat ja. Oh, ja. Da kommt einfach da. Sehr gut. Da ist gut. Vielen Dank.